Namaste Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns einen Trailer anschauen von einem Film, was ihr euch gewünscht habt und zwar von dem Film Kalak. Und das Spiel mit. Ich sehe es jetzt Sanjay Dutt, Madhuri Dikshit, Aliyabad, Varun Dhawan. Mehr weiß ich da jetzt nicht. Aber es hört sich sehr interessant an und wurde sehr oft empfohlen, deswegen gucken wir uns das mal an. Genau. Haben wir uns ja lange keinen Body World Trailer mal geschaut. Nein. Das letzte war Edil Hemushegel. Genau. Schon lange, zwei, drei Jahre her. Schon etwas her. Ja, dann gucken wir uns mal. Foxstar. Darma Fractions. Und Karan Joka. Klingiert schon episch. Wow. Wow. Die Setzungen sind cool. Wow. Aliyabad war da. Ah, den kenne ich. Ich weiß nicht. Das fängt schon so episch an. Oh. Wo ist sie? Wow, das sieht so geil aus. Hammer. Aliyabad auch. Oh mein Gott. Warum da war ich? Nein. Mein Herz. Das sieht schon mega geil aus. Mega geil aus. Mega geil aus. Ey, Junge. Oha. WTF. Ey, Junge. Was ist das? Ey, die gehen voll ab. Ey, ich habe nur ein Gänsehaus bekommen. Ich habe nur ein Gänsehaus bekommen. Mit dem Filmen muss ich mir reinziehen. Oh, haben wir so richtig geschieht auch. Hammer. Oh, Sanjay dort. Oh mein Gott. Die Setzungen sehen so geil aus. Eine Location. Krass haben die das gemacht. Oh. Viel getanzt. So richtig indisch wie da. Cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kass. Hey, das ist krass. Alter. Das ist spannend. Oh mein Gott. krasser film die muss ich mir auf jeden fall einziehen krass die getanzt haben ist alles aus das hätte ich mal perfekt so gehen so gut ja ich wollte ganz auch kommen wir krass cool hammer habt ihr euch den film angeschaut schon das schreibt gerne kommentarien wie der film ist aber keine spoiler und ja dann gucken wir uns auch später mal an wie die songs sein werden aber der trailer war echt mega geil daumen nach oben und wenn ihr das video gefallen hat könnt ihr auch einen daumen nach oben zu uns geben und subscribe and comment und teilen und sonstwas so sagen wir namaste und bye bye